Hier ist eine Aufgabe ohne vorgegebene Antwort. In dieser Zeichnung sind die Strecken AB und AD gleich lang und die Öffnung des Winkels ABD beträgt 75 Grad. Frage, wie groß ist die Öffnung vom Winkel BMD in Grad? Wir wissen, dass die Strecken AB und AD gleich lang sind und dass die Öffnung des Winkels ABD 75 Grad beträgt. Was wir suchen, ist die Öffnung von diesem Agenda-Winkel BMD. Da das Dreieck ABD ein gleichschränkliges ist, müssen diese zwei Basiswinkel gleich groß sein und deshalb misst der Winkel ADB ebenfalls 75 Grad. Und da die Summe der drei Innenwinkel eines Dreiecks 180 Grad ergibt, muss dieser Winkel BAD 30 Grad betragen. Der Winkel BAD ist ein Umfangswinkel, der diesen roten Kreisbogen BD einschließt. Der Winkel BMD ist aber auch ein Umfangswinkel, der denselben Kreisbogen BD einschließt. Also hat dieser Magenda-Winkel genau dieselbe Öffnung wie dieser Magenda-Winkel, das heißt 30 Grad. Die Endantwort auf die gestellte Frage ist also 30. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Aufgabe der Mathematik-Olympiade lösen.